Hey Leute, Willkommen zurück zu Mac for the Star of War of Soulstorm. In der letzten Folge hatten wir den Guamunds Pass verteidigt und gehen jetzt in die Gegenoffensive gegen die Chaos... Nicht die Chaos Resume, sondern die Dark Elder. Wir haben quasi einen dritten Kollegen hier dazu gewonnen und wollen jetzt die Politik einnehmen. Wir hatten außerdem unser letztes Ausdruck im Stück bekommen. Bei dem wäre ich jetzt vor allen Dingen interessiert, was es genau tut. Wenn ich es richtig gelesen habe, kann eine Commander jetzt ziemlich coole Sachen machen. Ich habe noch nicht alles entstanden, weil das in Englisch war mit Supply-Dingsbums. Müssen wir mal gucken, was es genau macht. Aber ja, das war zu Dark Crusade die Beschreibung. Aber da war das War Gear, also die Ausrüstung von dem Helden in der Kampagne glaube ich genau das gleiche. Schauen wir mal. Marconian sieht hier schon mal sehr einladend aus, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall, ich hätte fast gesagt, einen arschvoll einhalten. Ich denke, die Beschreibung wird ganz gut. Ich kümmere mich drum. Wie lauten die Befehle beim Imperator? Es wird so geschehen. Wie lauten die Befehle? Wie lauten die Befehle? Wie kann ich euch dienen? Das ist die 3 mit, wo ist mein Dach? 3. Yes, es geht wirklich. Mein Kasselchenleit vergesst und wir haben direkt einen mehr. Alter. Was ist euer Wunschangst? Alter, was geht ab? Nehmt unsere Kanonen, bereit zum Feuern. Kümmere mich. Was geht hier ab? Wie lauten die Befehle? Um jeden Kreis. Kümmere mich um das Ziel. Nein. Okay, das war nicht der Appetit, aber... Warte, hier ein Kasselchen dabei, wie sieht denn der aus? Ja, geil, mit eigener Sprachausgabe noch sogar. Wie ist das geil? Alter! Das habe ich noch nie gehabt, dieses, ähm, dieses Sprachding. Das interessiert mich eigentlich nur... Was kann der? Schnell ausgebildeter... Speziell... Speziell ausgebildeter, nicht schnell ausgebildeter. Wahrscheinlich ist es gut an Augen. Das hätte ich zumindest so erwartet. Nein. Aber wo sollen denn dann die beiden Basen sein? Ähm. Zack. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Ah, hier. Fhh. 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 Okay. Der Ruf des Krieges. Ah, der Ruf des Krieges. Ja. Der Ruf des Krieges. Kann das... Das sind zu viele! Negativ! Ah, der Ruf des Krieges! Der Sieg ist in der Nähe! Ich bin bereit! Was ist euer Wunsch? Wir wollen jetzt eigentlich dieses Upgrade noch mit, ähm... Wer ich jetzt aber nicht mehr schaffen... Wer mit Schade kurz ein Problem bleibt... Zack, wie es sich abgeht, dass wir noch mehr... Ähm... Noch mehr Leute um ihn rum haben können. Ich bin dagegen eher so, was das noch macht. Da geht hier anscheinend ganz erst mal um. Und wir brauchen... Und wir brauchen... Anding mehr Ressourcen... Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht... Ach was... Oh ja, ja, das müssen wir machen... Aber es ist sehr weit noch von uns vorbei jetzt. Er probiert... Ich werde gehorchen! Ist quasi schon erledigt! Und... Schade... Jetzt haben wir ja... Verlöge gerade so daraus wurden... Die haben wir jetzt eingenommen... Die bleiben anders stehen... Ich freue mich, euch helfen zu dürfen... Geil... Mit der eigenen Frau... Ist glaube ich das fettste irgendwie... Ähm... Aber auch unseren Haupttypen... Ähm... Ressourcen-Upgrade... Nein! Jesus! Das ist... Er... Der Moment des Triumphes! Der Sieg... Und... Gewicht! Wir... Kümmern uns um... Alles und Ebel! Ah... Der Ruf des Krieges! Die... Macht des Imperators! Es wird so geschehen! Ich kümmere mich drum! Ich kümmere mich drum! Ich kümmere mich drum! Ich weiß keiner, ne? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich kann doch mal abwärts machen... Wo ist denn hier? Ja... Was ist euer Wunsch? Alles für das Imperium! Vorsicht! Die verflogenen, viele sehr! Der Ruf des Krieges! So... Kümmer mich drum! Braucht ihr mich! Der Sieg ist uns gewiss! Wird getroffen! Ihr habt die Ehre mir zu... Oh... Hi! Okay... Ahm... Das ist ein Uncool! Der wird doch mal hier ein bisschen beeint! Ich bin bereit! Uncool! Uncool! Da ist der zweite, ne? Ich bin bereit! Ich bin bereit! Gebt acht! Was ist euer Wunsch? Ihr habt die Ehre mir zu dienen! Jetzt alles ist es am verboten! Jetzt können wir noch einen machen... Dann können wir noch so einen... Okay! Leider nicht mehr ganz so viele, aber trotzdem geil! Ja! Da kann ich... Da kann ich... Da kann ich... Da kann ich jetzt nicht... Schwere Waffen auf dem Film! Die alle mal ein bisschen abwägen hier! Große Kanonen bereit zum Feuern! Verlegung zur neuen Schussposition! So... Das ist ja praktisch! Erwartet Befehle! Lang habe ich davon geträumt unter euch zu dienen! Wir werden uns auf! Also wenn... Ich müsste nochmal nachgucken, was die genau können, aber wir sind ganz schön... in bar! Ne, ne, neue Fähigkeiten! Wäre er noch geiler! Dann... Ich freue mich, euch helfen zu dürfen! Der Sieg ist von uns gewiss! Lang habe ich davon geträumt, ob er euch zu dienen! Okay! Cool, cool, cool! Tju! Eins! Ja! Und rein in den Nachhalsmitteljahr! Dann ist das Tor bereit! Das haben wir auch gleich! Wir brauchen dann vor allen Dingen, wenn wir anfangen... Maschinen zu bauen, mehr Energie! Hier! Cool! Vor allen Dingen... Ja! Jetzt würde mal... 1, 2, 3, was löpfen! Da haben wir an! Und... Ah, der hat's wieder mal... Verlebt! Boah, Alter! Die... Die rasten ja alles, oder? Die rasten alle, als würde ich sagen! Die rasten und geben! Ist der endlich mal tot, oder was? Nein! Immer noch nicht! So! Piu, Piu, Piu! Komm! Komm! Dann noch Lanz mal entgegen! Meine Faser, wie viel Leben hast denn du? Ja! Ja! Endlich! Lass mal ein bisschen zurück! Und hier geht es vor! So! Ja! Dann wird's die Sachen gegnen! Ja! So! Fahrzeuge! Ich könnte zumindest äh... Potenziell kaufen! Also wir müssen die hier einmal weg! Okay! Was ist euer Wunsch? Ich wehrd euch nicht! Was ist euer Wunsch? Beide macht das Imperator zu sehen! Das ist ein Schusssachen! Bereit, Sir! Was ist euer Wunsch? Oh! Oh! Die Teppen! Gebt nicht auf! So! Was wir machen können, ist auch hier nochmal abfäden! Ach so! Abwärts! Abwärts! Na! 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 Jetzt müssen wir hier hoch! Zack, 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 zack! Wo ist er? Ich habe gemerkt, das ist S und weg damit. Ich möchte den bitte am Leben halten, der ist eine Garde, die Garten sind teuer. Okay, cool, das sieht doch schützenmäßig aus. Hier noch weiter, fahren davon und dann ist hier Ruhe. Da. Da. Einmal einen Kopf schießen, bitte. Und jetzt wird es etwas schneller. Okay, der ist dort, dann können die Vierer das machen. Und hier machen wir das. Und hier machen wir das. Und hier machen wir das. Nicht, dass ich jetzt mal irgendeinen Unterblick machen würde. Ah, nein. Das sind die Goldaufgaben. Oh, nicht mal wenig. Das ist aber echt wieder bedroht. Das ist aber gut. Wie kann ich euch dienen? Die, wir sind das. Ich habe euch dienen. Das machen wir vielleicht noch einen Ressourcen-Upgrade einfach, wenn wir es können. Und ansonsten geht es jetzt eigentlich noch in die letzten Gebäude hier. Schrägstrich. schrägstrich nicht maschinen seo zu stoppen okay das war cool hier kann man auch wenn es bekommen ist das haben wir denn so bekommen wenn man hier ja haben sie dann macht irgendwas cool ist das ist die haupten werden können noch noch ein zioniker hier gibt es noch mal mehr ressourcen ich habe ich hatte eigentlich gehofft dass wir noch so ein typ mit der kettensäge kriegen aber sieht nicht danach ist ja ging er wieder ganz lockig locker flockig jetzt ja alles was keine hauptplattiere sind und keine brutale geht relativ gut von der hand mittlerweile ja danke dass er zugeschaut habt und wir sehen uns in der nächsten neue Video tschüss